Aufsteiger haben keine Erfahrung mit dem, was sie erwartet und die Sozialisation, die sie in der Familie erfahren haben, hat sie nicht darauf vorbereiten können. Es ist höchst unterschiedlich, welche Rolle die Eltern einnehmen. Tendenziell kann man sagen, die Eltern, wenn wir Aufsteiger definieren, als von der Unterschicht in die Oberschicht aufgestiegen, dann sind die Eltern, Eingehörige der Unterschicht, eher bildungsfern, können also, was die Bildungsentwicklung des Kindes angeht, kaum helfen. Das können wir schon mal so feststellen. Dann ist also eher die Frage, stehen sie im Weg oder verhalten sie sich neutral. In jedem Fall aber, und das zeigt die ganze Forschung zu Bildungsaufstiegen, muss es Unterstützer geben und Unterstützer, die bildungsnah sind oder eben aus höheren Milieus. Die nenne ich und Kollegen auch soziale Paten. Warum sind Abbrüche wahrscheinlicher für Menschen aus benachteiligten Milieus? Auf dem Weg, der sowieso unsicher ist und nicht planbar ist, muss man also viel aushalten, viel Unsicherheit aushalten und gleichzeitig ändert man sich. Man muss nämlich dieses Denkmuster, was in der Kindheit stark war, das kann man nicht die ganze Zeit wie ein Schauspieler überspielen. Es ändert sich der Mensch. Das muss einem klar sein, dass ein Aufstieg von ganz unten nach ganz oben, der hat mit mehr zu tun als mit Vokabeln lernen und ein paar Formeln lernen. Man ändert sich als Persönlichkeit, was an sich jetzt noch nicht das Problem ist. Aber wenn man sich ändert und besonders dieses typische Muster ändert, dann entfremdet man sich unter Umständen, unter Umständen auch sehr stark von seinem Herkunftsmilieu, unter Umständen von seiner Familie, von all den Menschen, die in der Kindheit und Jugend das Wertvollste waren. Genau von denen distanziert man sich immer stärker. Und wenn jetzt man nicht aufgenommen wird da oben, sondern wenn jetzt natürlich man das Gefühl hat, irgendwie so richtig gehöre ich da auch nicht zu, dann greifen Rückzugsgedanken immer stärker ein in die eigenen Abwägungen. Reich und berühmt wollen Unterschichtskinder tendenziell viel häufiger werden als Mittelschichtskinder. Das ist auch plausibel, weil Anerkennung und materialer Reichtum, genau das fehlt und genau das wollen sie. Es wird nur eben nicht über Bildung dieser Zusammenhang hergestellt, weil man eben, und das wäre jetzt meine These im Schul- und gesamten Bildungssystem, selten weiß, wofür man das braucht und selten auch irgendwie das Gefühl hat, dass man damit reich wird. Und zudem auch, es auch eine schlechte Motivation ist, reich werden zu wollen. Und also die Motivation, reich werden zu wollen, ist relativ ungünstig, wenn man von der ersten bis zur dreizehnten Klasse und unter Umständen danach noch viele Jahre an der Hochschule in Vorleistung treten muss, um vielleicht irgendwann reich zu werden. Das heißt, Bildung hat relativ wenig zu tun mit so einem instrumentellen Motiv, mit dem Motiv, reich und berühmt zu werden. Es kann ein Teilaspekt sein, aber das als Hauptmotiv ist relativ ungünstig. Bis hin zu den Aufsteigern, die ich betrachtet habe, genau das sind Unterschichtskinder, die aus verschiedenen Gründen nicht dieses Motiv hatten, nicht reich und berühmt werden wollten, sondern sich selbst ändern wollten. Also die haben praktisch ein Problem wahrgenommen und hatten einen Drang, sich selbst zu verändern. Und daraus entsteht ein Aufstieg von der Unterschicht in die Oberschicht. Spannenderweise eben nicht das Motiv vom Tellerwäscher zum Millionär. Ein Kind wächst auf in einem Milieu, wo alles knapp ist. Knappheit an Geld, Knappheit an Wissen, an Anerkennung. Das Kind entwickelt sozusagen einen Handlungsmodus, eine Art zu denken, aus dem Alltag heraus, dass auf Management von Knappheit ausgerichtet ist. Man muss irgendwie mit der Knappheit umgehen und mit Knappheit umgehen heißt, man muss heute Lösungen finden und kann nicht heute über morgen nachdenken. Das heißt, es ist kurzfristig orientiert. Es ist daran orientiert, macht das Sinn? Hat das eine Funktion? Egal, je nachdem, welche Frage einsteller. Ist das notwendig? So, alles, was nicht notwendig ist, wird dann uninteressant. Wenn man jetzt dem Gegenüber sieht, ein Kind, das in einer ganz reichen Familie aufwächst, alles ist im Überfluss da. Alles inklusive Anerkennung, Bildung, Wissen, alles, da managt man den Überfluss sozusagen. Dann kommen Fragen wie Stil, Stil bis hin zu Sprachgebrauch auch, Abstraktionsfähigkeit und eben nicht Eindeutigkeitsmuster, sondern Denken in Alternativen. Also man sieht, die Sozialisationsbedingungen können bestimmte Handlungsroutinen und Denkroutinen erzeugen bei Kindern, die zwar da noch hauptsächlich ökonomisch, auf die ökonomische Knappheit bei der Entstehung bezogen sind, aber die dann im Bildungssystem eine große Rolle spielen. Nämlich dann, wenn der Unterricht nicht anwendungsorientiert ist, sondern sehr abstrakt und verschiedene andere Faktoren, aber ganz besonders das, da sind genau die Kinder natürlich im Vorteil, die das gelernt haben. Rechtlich gesehen ist die Durchlässigkeit immer gegeben. In jeder Schulklasse kann ein Kind von der Hauptschule zum Gymnasium oder vom Gymnasium zur Hauptschule wechseln. De facto sehen wir, dass 90 Prozent nach unten und nur 10 Prozent nach oben wechseln und die meisten wechseln sowieso gar nicht. Jetzt kann man sich fragen, die Untersuchungen zeigen, an der Hauptschule sind durchaus viele oder zumindest einige Kinder und Jugendliche, die sehr leistungsstark sind an der Hauptschule. Warum wechseln die nicht? Versteht man, dass die nicht von alleine, die kleinen Kinder nicht alleine auf die Idee kommen, das zu tun? Dann fragt man die Lehrer. Und die Lehrer haben innerhalb dieses Systems eine ganz klare Logik. Sie können nicht auf die Besten verzichten, weil der Unterricht dann erst recht nicht mehr funktioniert. Das heißt, es entstehen Haltekräfte an der Hauptschule, die dafür sorgen, dass die Leistungsstärksten, die eigentlich von ihrer Leistung her mindestens auf die Realschule, vielleicht sogar aufs Gymnasium gehen könnten, dass die gehalten werden. Und das sind dann ganz latente Mechanismen, die das hervorrufen. Aber es ist ungerecht. Es ist nach den Regeln des Systems unfair und gleichzeitig absolut nachvollziehbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.